Musik Gelsenkirchen ist eine vielfältige Stadt mitten im Ruhrgebiet, in der Menschen aus mehr als 140 Nationen miteinander leben, zusammenarbeiten und sich gemeinsam für ihre Stadt engagieren. Musik Einen Ausschnitt dieser Vielfalt, dieser bunten Stadt, lernten vier ISEC-Austauschstudierende in knapp sechs Wochen vor Ort kennen. Musik Sie waren zu Gast bei den interkulturellen Teams der Arbeiterwohlfahrt und lernten den Umgang, die vielfältigen Chancen und Herausforderungen einer interkulturellen Gesellschaft kennen. Musik Die bunten AWO-Teams bestehen aus etwa 50 Mitarbeitern, die neben Deutsch und Englisch über mindestens 22 weitere Sprach- und Kulturkenntnisse verfügen. Musik Die Studierenden haben viele engagierte AWO-Netzwerkpartner kennengelernt. Akteure, Verbände, Vereine, städtische Abteilungen, Gemeinden, die sich mit viel Herz und Professionalität für ein gelungenes Zusammenleben engagieren. Musik Mehr verbindet als sie trennt. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Es gab zahlreiche Gespräche mit den Gelsenkirchenern, die über ihre Stadt und das Zusammenleben vor Ort berichtet haben. Bei allen Chancen und Herausforderungen, die eine vielfältige Stadt mit sich bringt, ist vor allem deutlich geworden, dass für die Gelsenkirchener ganz Schalke-like das Zusammenleben manchmal wie eine Fußballmannschaft funktioniert. Werte wie Fair Play und Teamwork, Solidarität und Engagement und das regelmäßige Training prägen ein gelungenes Miteinander. Zu einer Fußballmannschaft gehören auch die gelbe und die rote Karte dazu. Hier werden gemeinsam Erfolge gefeiert und gemeinsam Hürden überwunden. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020